Zombie Apocalypse Ist das nicht herrlich? Ich komme gerade aus meinem Hause raus und blicke hier auf eine wunderbare Landschaft. Alles grün. Man hört die Vögel zwitschern. Wir haben hier Hochsommer. Und heute starte ich rein in den nächsten Arbeitstag. Denn wie ihr wisst, liebe Freunde, muss man natürlich auch erst mal arbeiten gehen. Warum? Um Himmels Willen steht da ein Anhänger auf der Straße. Um natürlich Geld zu verdienen. Ach, das ist mein Anhänger von gestern noch. Ja, vom gestrigen Arbeitstag. Denn, liebe Freunde, ich bin heute hier nirgends anders als auf dem Premium Crew Roleplay Server im Land Wirtschaftssimulator 17. Operation Bye! 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 In diesem Sinne Darf ich euch jetzt mal hier recht herzlich begrüßen Zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Genau, also Ihr habt ja jetzt bestimmt sicherlich schon mitbekommen Dass das jetzt hier mein Haus ist Ich wohne eigentlich genau schräg rüber Von der Hauptfeuerwache hier in Inntal Das ist die Feuerwache Inntal Da werden wir natürlich gleich auch mal hinfahren Aber Lieber Zuschauer Als kleine Info an dich einfach mal Wenn ich dich stuzen darf natürlich Dann würde ich das auch gerne machen Als kleine Info für dich Ich zeige dir heute einfach mal so ein bisschen die Map Was hier so Phase ist Wie viele Leute eigentlich hier drauf sind Also wie viele andere Leute auch arbeiten gehen So wie ich Das möchte ich dir heute einfach mal ein bisschen zeigen Also begleite mich Falls du doch gerne Lust hast Einfach mal heute in diesem Video Und ich würde mich sehr freuen Wenn ihr euch das Video einfach mal komplett von vorne bis hinten ansehen würdet Wenn ihr das Oder wenn du das gerne machen möchtest Lieber Zuschauer Ich würde mich sehr freuen Wirklich Du kannst auch mal gerne so ehrlich sein Und mir das einfach mal in die Kommentare schreiben Das wäre mir wirklich sehr sehr wichtig Wenn ihr euch einfach mal das komplette Video In voller Länge einfach mal anschaut Vielen Dank So Wo sind wir stehen geblieben? Das ist erstmal mein Haus Mein schwarzer Pickup Den eigentlich fast jeder bekommt Der auf dem Server hier neu ist Also natürlich muss man auch erstmal ein Startkapital haben Und dann muss man sich sozusagen erstmal ein Pkw kaufen Das ist erstmal Voraussetzung Damit man auch erstmal zur Feuerwache fahren kann Dann habe ich hier noch so einen kleinen Anhänger Ja Für Service Sachen und so weiter Das ist so ein kleiner Kraftstoff Anhänger Mit Kraftstoff drin Und da kann ich auf jeden Fall mit anderen Leuten helfen Aber der kam jetzt bisher noch nie irgendwie richtig zum Einsatz Apropos Einsatz Wir können mal ganz kurz in die Feuerwache fahren Denn ich glaube die meisten von euch möchten das ja gerne wissen In welcher Feuerwache ich denn eigentlich hier angestellt bin Das ist ja hier die Feuerwache Inntal Da fährt man dann eigentlich immer hin Wenn man einen Einsatz reinbekommt Sieht man auch deutlich jetzt hier Feuerwache Inntal steht da Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Tore Also müssen ja eigentlich dahinter auch 5 Einsatzfahrzeuge stehen Wir können hier per Tastendruck die Tür öffnen Und dann sind wir auch hier schon in der hauseigenen Leitstelle drin Und hier sitzen sozusagen die Disponenten Und koordinieren die anderen Leute Dann zum Einsatzort Ich sehe auch gerade Ich bekomme hier ein paar Nachrichten im Spiel Wundert euch nicht Freunde Wenn ihr das Video jetzt hier seht Ihr seid jetzt hier gerade auf Band Ich habe euch jetzt mal mit aufgenommen hier Darauf werde ich jetzt aber erstmal nicht eingehen Denn ich möchte heute einfach mal dir lieber Zuschauer Einfach ein bisschen was zeigen hier Wo wir eigentlich drauf spielen Was Roleplay bedeutet und so weiter Deshalb fange ich erstmal an Warentavienstraße an und aus Das kann man hier auch per Tastendruck ganz gut machen Erkennt man auch hier Der Schalter legt sich auch um Ich zeige euch gleich was damit gemeint ist Hier haben wir jetzt die richtige Leitstelle Hier sitzen dann sozusagen die Leute Und hinten ist das kleine Büro So habe ich das immer genannt Da hinten guckt ein Busch durch die Wand Ist die neueste Deko hier in der Feuerwache Dann haben wir natürlich auch Hier einen Lichtschalter Den können wir auch ein- und ausschalten Sieht man jetzt hier in der Fahrzeughalle Dann haben wir etwas ganz Besonderes Da klickt es einmal rauf Alle Tore auf Wenn man zum Beispiel einen Einsatz hat Öffnen sich alle Tore per Tastendruck Automatisch natürlich Und dann kann man sozusagen hier mit die Fahrzeuge ausrücken Und wie gesagt zum nächsten Einsatzort fahren So wir können es einfach mal machen hier mit Ich würde sagen mit dem TLF Das TLF vom lieben Tim Nochmal vielen vielen Dank an dich lieber Tim Der auch ein treuer Mitspieler ist hier Auf dem Roleplay Server im LS17 Vielen Dank für dieses wunderschöne Fahrzeug So ich glaube ich habe jetzt auch nichts falsch gesagt War das Tim oder Marcel Ich bin mir gerade nicht sicher Ich glaube das waren beide sogar Die an dem Fahrzeug gearbeitet haben Wie dem auch sei Vielen vielen Dank nochmal dafür Dass wir hier in der Feuerbach Inntal Ein TLF bekommen haben So Ich bleibe mal ganz kurz hier stehen Denn ich wollte euch nochmal sagen Was es hier mit der Tafel auf sich hat Also ihr habt da drin eben vor kurzem gesehen Dass da ein Schalter ist Den man aktivieren kann Dann steht sozusagen hier auf dem Schild Achtung Einsatz und so weiter Da wird man sozusagen darauf hingewiesen Dass gerade ein Einsatz stattfindet Damit auch die anderen Verkehrsteilnehmer Sofort Bescheid wissen Was denn jetzt eigentlich los ist Deshalb das ist eigentlich gar nicht mal So eine schlechte Funktion Die man hier hat vor der Wache Das ist schon echt Originalgetreu angepasst Das gefällt mir richtig gut Hier bin ich Noch dabei etwas Zu bauen Das Grundstück hatte ich ja Im letzten Stream erbaut Schon wieder ist der Rasen hoch Hier stehen ein paar Fahrzeuge rum Ein LF8 Das vor kurzem in der Werkstatt war Das weiß ich nicht Ob das ausrangiert wird Ich bin mir nicht sicher Hier haben wir einen Waltra Traktor Der tarnt sich hinterm Busch Und ansonsten haben wir hier Ein bisschen Hackschnitzel und so weiter Das ist sozusagen ein kleiner Hof Für die Forstwirtschaft Die es unter anderem gibt Auf diesen Server Zum Thema Arbeit Habe ich jetzt ganz kurz Schon mal was gesagt Wir haben die Forstwirtschaft Wir haben die Landwirtschaft Wir haben eine Werkstatt generell Für Kraftfahrzeuge Das ist erstmal so im Groben Die Sachen Die wir auf diesen Server haben Wir haben natürlich auch noch Ein Fuhrunternehmen Ich glaube das war es dann erstmal Also später soll denn noch Auf diesen Server Die Müllabfuhr mit dazu kommen Das finde ich natürlich auch Richtig cool Dass wir Dann das hoffentlich Irgendwie mit einbauen können Dass man sozusagen auch Müllfahrer ist Und dann kann man sozusagen auch Als Müllfahrer Die Säcke Vor den Häusern einsammeln Und dann muss man die sozusagen Mit dem Müllwagen Zum Betriebshof fahren Das ist auch so ein cooles Future Das wir auf der letzten Map hatten Auf der Valley Crest Das hat auf jeden Fall Richtig viel Laune gemacht Hier ist der Paule Das ist hier der Meister Der Kfz-Meister Der in dieser Werkstatt arbeitet Ist ja auch hier der Chef Der Big Boss Der gerade vor mir läuft Der hat anscheinend gerade Einen grauen Pkw Der muss anscheinend Durch ein HU oder ein TÜV Was auch immer Vielleicht ist da irgendwas kaputt Sieht man auch hier Vom letzten schweren Verkehrsunfall Ein Pkw der vorne Komplett eingedrückt ist Ja Paul Ich wünsche dir was Ich glaube wir sehen uns Gleich nochmal wieder Fahren wir erstmal weiter Vor uns haben wir noch Eine Bäckerei Die ist bisher noch nicht Irgendwie Auf der Liste der Arbeit Oder der Tätigkeit Die man ja ausüben kann Ähm Wo fahren wir denn als nächstes hin Ich würde sagen Ich schreibe mal ganz kurz Das Hut ein Damit ihr auch mal sehen könnt Wie die Map eigentlich Komplett aussieht Wir können aber ganz kurz Nach oben fahren Zu der zweiten Feuerwache Denn die Diese Map Namens Intel Besitzt auch zwei Feuerwachen Einmal die Feuerwehr Intel Und Dann auch noch die Feuerwehr Helmstedt Ich düse mal ganz kurz Nach oben Und zeige euch die mal Wundert euch nicht Dass ich jetzt hier das Roleplay Jetzt nicht gerade richtig einhalte Natürlich könnte ich jetzt In der Innenkamera fahren Was ich Was ich auch richtig oft Gewünscht wurde von euch Aber Jetzt mal ehrlich Ähm Die Außenkamera ist ja wirklich besser Ne Finde ich jetzt persönlich Weiß nicht Wie ihr das seht Freunde Lieber Zuschauer Wie siehst du das In oder eher Außenperspektive Das würde mich mal interessieren Also ich bin wirklich Favorit Von der Außenperspektive Weil man einfach am besten Ähm Einen besseren Überblick hat Und da sieht man natürlich auch mal Die Fahrzeuge in Action Oder in Aktionen Das ist wirklich so Meine Lieblingsperspektive Jo 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 Was haben wir denn noch Ähm Ihr habt gerade gesehen Ich bin gerade falsch abgebogen Zu einer BGA Zur Biogasanlage Da sind meistens die Bauern unterwegs Machen da Silage Und sonstige Landwirtschaftsaufgaben Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Ein bisschen fahren Bis ich in der zweiten Feuerwache angekommen bin Also das dauert noch ein bisschen Ähm Was ich noch zum Thema Roleplay sagen kann Auf jeden Fall Muss man auch hier So minimal Die Verkehrsordnung beherrschen Also jetzt wirklich An die Geschwindigkeit halten Das macht jetzt Fast wirklich niemand hier Ähm Wäre aber schön Wenn man das machen würde Aber was auf jeden Fall wichtig ist Rechts vor links Äh An roten Ampeln Ähm Stehen bleiben Bei grünen Ampeln Weiterfahren Ich glaube das bekommt bestimmt jeder hin Das ist erstmal So das Wichtigste Ja und ist natürlich klar Wenn hier gerade So viel Betrieb ist Auf dem Server Dass natürlich dann auch Ab und zu mal Leute Synchronisieren können Davon muss man natürlich auch mal ausgehen Wenn ich jetzt auch gerade Hier ein Video aufnehme Was jetzt kein Stream ist Also das entschuldige ich natürlich Liebe Freunde Ähm Ich werde jetzt natürlich auch Keinen Cut reinmachen Denn Habt ihr mich schon mal erlebt Dass ich meine Videos So oft schneide Mache ich schon Aber eher selten Also Wie gesagt Damit kann man auf jeden Fall rechnen Und ich hoffe Das geht jetzt auch schnell voran Denn ich würde euch Sehr liebend gerne noch Die Feuerwache Helmstedt zeigen Denn Ihr merkt Man kann auf jeden Fall Hier auf die Kilometer kommen Ne Wenn man hier einmal Komplett über die ganze Map fährt Denn So klein Ist die eigentlich überhaupt nicht Also Wir hatten wirklich schon Kleinere Maps Die auf jeden Fall Ähm Ich sag mal Kleiner waren Und auf jeden Fall Ähm Konnte man sehr schnell Von A nach B kommen Aber hier auf der Intel Map Merkt man wirklich mal Ja Da hat man auf jeden Fall Eine Menge zu tun Deshalb haben wir natürlich Auch zwei Feuerwachen So Einfahrt frei halten Das finde ich auch richtig cool In dieser Feuerwache Man klickt einfach auf den Knopf Und dann öffnet sich das Tor Automatisch Und dann kann man jetzt auch schon Auf das Gelände Rauffahren So liebe Freunde Ich mach mal ganz kurz Den Motor aus Blau Das lassen wir an Und wie auch in der Feuerwache Ähm Inntal Die ganzen Namen Machen einen Kürrer Drückt man auch hier eine Taste Und dann ist man auch schon In diesem Gerätehaus Wundert euch bitte nicht Dass jetzt hier keine Fahrzeuge stehen Die sind leider noch Auf dem Bauernhof Denn vor kurzem gab es ja hier Einen schweren Brand Das war vor ein paar Tagen Und bei diesem Brand Ist leider hier auch Die Feuerwache Zur Hälfte abgebrannt Also das war schon Ganz schön kritisch Was hier abging Das sind die Feuerwehrfahrzeuge Gerade woanders untergebracht Auf jeden Fall ist das klein Und fein Das ist ein schönes Gebäude Zwei Stellplätze Haben wir hier zur Auswahl So viel erstmal dazu Zu diesem kleinen Schönen Gebäude Hier hinten haben wir noch Zwei Kraftstoffbehälter Zum Auftanken Ja Das ist auf jeden Fall Die Feuerwache Helmstedt So Dann fangen wir mal weiter Denn ich habe noch eine Sache Die ich euch zeigen möchte Das ist Das Krankenhaus Ich bin mir gerade nicht sicher Wo das genau ist Weil da bin ich wirklich Am wenigsten unterwegs Aber ich glaube das war sogar Hier hinten Oder war das beim Segewerk Ich bin mir gerade nicht sicher Also das tut mir Natürlich jetzt richtig leid Ja Wenn man nie auf den RTW Oder auf dem NEF Stationiert ist Dann weiß man natürlich Auch nicht gerade Wo Das Krankenhaus ist Aber Ich glaube da fahren wir gleich vorbei Ich fahre jetzt am besten Mal einmal komplett über die Map Dann werden wir das jetzt Bestimmt gleich zu sehen bekommen Hier haben wir nochmal So einen kleinen Hühnerhof Da sind auch die Landwirte Immer Unterwegs drauf Und hier müssen wir erstmal In Steinberg nach oben fahren Hier haben wir noch eine Lagerhalle Eine Abstellmöglichkeit Für Fahrzeuge Da unten sieht man jetzt schön Den Fluss Einen See Eine Insel Die vor kurzem auch gebrannt hat Also man merkt schon Brände hat man Ganz schön oft hier Hier haben wir auch noch ein Gebäude Warenannahme und so weiter Ich glaube das kann man auch öffnen Das wollte ich euch Muss mal ganz kurz zeigen Hier kann man zum Beispiel auch Nochmal Landmaschinen Oder Forstmaschinen unterbringen Also man hat wirklich so viel Stellplätze hier auf der Map Das ist Wahnsinn Da kann man sich wirklich aussuchen Wo man jetzt eigentlich wohnt Wo man sich hinstellt und so weiter Also das mit den Wohnen war jetzt nicht ernst gemeint Weil Ich würde sagen Ich erzähle das gleich mal Ich habe mal ein bisschen was loszuwehren Ein bisschen was zu erzählen Was ich gerne Dir lieber Zuschauer Noch einmal übermitteln möchte Was natürlich jetzt den LS17 Roleplay Server betrifft Denn es gibt natürlich auch noch einige Sachen Die ich sagen möchte Die habe ich natürlich auch schon In den anderen Videos Gesagt Aber trotzdem Das merkt sich natürlich viel besser Wenn ich jetzt gerade schon So ein längeres Video mache Dann Hoffe ich einfach mal Dass die meisten Leute sich das merken Und dann vielleicht Hier alles schon wissen Wenn sie dann auf den Server joinen So Hier haben wir den McDonalds Da ist immer viel Betrieb Da steht auch gerade ein Pkw im McDrive Hier ist wirklich schon was los Also Intel Ist wirklich schon eine Map Die gut besetzt ist Und mir ist gerade mal so aufgefallen Ich habe noch nicht einmal jetzt beim TLF Das Horn aktiviert Aber jetzt habt ihr das gehört Das sind zwei Hörner Die wir da haben Dazu denn mehr in einem anderen Video Ich muss jetzt erstmal raus hier Ich hoffe ich schaffe das noch Ja super Dann gehe ich mal ganz kurz nach oben Deaktiviere mal ganz kurz das HUD Und zeige ich mal so ein bisschen Ganz kurz die Map von oben Und dann kann ich ja bestimmt Noch gleich ein bisschen hinlaufen Ein bisschen hin und her laufen Denn ich möchte euch ja wie gesagt Noch etwas erklären Was auf den Weg geben Deshalb Ich gehe mal ganz kurz Ein Stückchen nach oben Genau Da bin ich gerade vorbeigefahren Zu zur Hälfte Da ist das Krankenhaus Natürlich Da bin ich doch Letztes Mal auch im Stream Vorbeigefahren Da sind Zwei RTWs stationiert Wie man das deutlich sehen kann Und das ist sozusagen Das ganz große Gebäude Das Krankenhaus von Intel Da wird man auch sehr schnell behandelt Den LS17 Roleplay Server Bewerben Was ihr dafür machen müsst Ist ganz einfach Ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein Und ihr benötigt den LS17 Beziehungsweise den Landwirtschaftsmilator 17 Und Was auch ganz wichtig ist Ihr braucht TeamSpeak 3 Also TeamSpeak ist sozusagen Ein Voice Server Auf dem man mit zig Leuten reden kann Das ist auf jeden Fall ganz wichtig Wenn ihr auf diesen Server mitspielen möchtet Dann braucht ihr natürlich auch TS3 Das ist sozusagen die Abkürzung Das ist eigentlich so gängig Genau Ansonsten hat man wirklich keine Absprache Ansonsten weiß man nicht Was man jetzt genau machen muss Wenn man zum Beispiel Jetzt eine Leitstelle hat Ohne TS Sagt man eine Person ohne TS Dann Weiß der andere natürlich nicht Wo er hinfahren soll Das ist natürlich nicht so einfach Deshalb TeamSpeak ist schon Pflicht Und Ihr müsst natürlich auch die Regeln einhalten Also wenn ihr dann Angenommen seid Stellt euch das einfach mal vor Ihr auf den TS seid Ihr habt den LS17 Ihr seid über 14 Oder ihr seid generell gerade 14 geworden Sag ich mal Dann kommt ihr auf den TS Und dann werden wir euch sofort informieren Über die Regeln Denn Serverregeln sind das A und O Und sind ganz ganz wichtig Dann werdet ihr sozusagen noch aufgeklärt Über das ganze hier Über das ganze Geschehen Vorm LS17 Server Das ist eigentlich erstmal alles so groben zusammengefasst Was ihr eigentlich so machen müsst Und falls ihr euch natürlich bewerben möchtet Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit Das in der Videobeschreibung einmal durchzublättern Dann könnt ihr draufklicken auf einen Link Und dann könnt ihr euch auch schon für den Server bewerben Was wir natürlich auch noch sagen müssen Oder was ich jetzt sagen muss Es sind wirklich so viele Bewerber Bewerbung reingekommen So viele zigtausende Leute Sag ich jetzt mal Wir sind natürlich immer dabei Tatkräftig Die Bewerbung durchzulesen Obwohl es wirklich sehr 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 viele sind Und wir probieren natürlich auch Jeden Einzelnen von euch Eine Antwort zu geben Wenn wir euch keine Antwort geben Dann hat es vielleicht einen Grund Dass ihr nicht angenommen seid Oder wiederum Dass wir das noch nicht geschafft haben Also bitte habt dafür Geduld So Also Thema Bewerbung Abgehakt Zum Server 16 Spieler maximal Können hier mitspielen Aber ich bin wie gesagt Noch dran Mehrere Slots zu bekommen Ich hoffe das bekommen wir auch hin Ich hoffe es einfach mal Dass wir das irgendwie hinbekommen Und dass ich das schaffe Also 16 Spieler ist schon ein bisschen wenig Ne Denn wir haben so viele Sachen hier Die man machen kann So viele Arbeitsstellen Wir haben So viele Einsätze Wir haben zu viele Fahrzeuge Und zu wenig Kameraden Die die Fahrzeuge besetzen Auf jeden Fall ist jede Hand hier gebraucht Und Was natürlich auch positiv dann ist Wenn man Sehr viele Leute auf dem Server hat Macht das Ding hier natürlich noch Viel 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 mehr Spaß Also Lieber Zuschauer Bewerbe dich heute noch Für den LS17 Roleplay Premium Crew Server Wenn du das gerne machen möchtest Wie gesagt Schau in der Videobeschreibung nach Und dann wirst du hoffentlich Auch schon angenommen So Und zum Schluss Dieses heutigen Videos Möchte ich mich noch einmal Recht herzlich Bei Game.de Bedanken Denn ohne die Würden wir jetzt hier nicht auf den LS17 Server drauf sein Wiederum möchte ich mich auch beim Zapp Minus Hosting Game.de bedanken Denn ohne die Leute Hätten wir kein TeamSpeak Vielen Dank Dass es euch gibt Das sind wirklich richtig richtig Gute Partner Lieber Zuschauer Ich bedanke mich Für deine Aufmerksamkeit Vielen Dank Dass du eingeschaltet hast Hier bei diesem heutigen Etwas längeren Video Und wie gesagt Bewerb dich Komm auf den TS vorbei Wir können ein bisschen quatschen Und dann Kriegen wir das schon Auf jeden Fall Irgendwie hin Dass du hier Auf den Server Mitspielen kannst Mach's gut Wir sehen uns Bleib so wie du bist Mach's gut Ciao Bis zum nächsten Mal